Und damit ein herzliches Willkommen zum dritten und letzten Gruppenspiel bei der Champions Trophy. Arminia Bielefeld trifft auf Olympique Nimes oder wie sich das auch immer spricht. Sei es drum, wir sind immer noch der offensive Mittelfeldspieler. Star, whatever, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir schon wieder einen guten Pass hingelegt und die Leute jubeln vergeblich. Und es regnet, falls man es noch nicht mitbekommen haben sollte. Es regnet. Oh, diesmal ist Kloß im Fokus. Und jetzt lauuf! Okay, da stand ich jetzt aber auch richtig Banane. So, und jetzt komm, ich hab mir super vorgelegt. Was war das? Hoppala. Da bin ich am Ball vorbeigeschlittert. Mal gucken, ob es heute die erste Niederlage gibt für Arminia Bielefeld. Nee, bisher noch nicht. Oder der dritte Sieg im dritten Spiel. Oder vielleicht ein Unentschieden. Man weiß es nicht, mal munkelt noch. Aber wir spielen ja immer noch auf Profi. Wie? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, das war schlecht. Oh, oh, oh. Ist denn hier los, meine Güte? Super. Ortega hat gut gehalten, wenn es Ortega ist. Okay, Nimes ist gut. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Also sie hält, wie viel zu gut im Schach. Jawoll, Ortega. Wow, wuuu. Ich hoffe, es ist Ortega, sonst blamier ich mich gerade. Hauen weg. Ecke. Okay, unser Trainer. Nee, Einwurf. Die Erkenntnis kam sehr früh. Mann, da hättet ihr schneller sein müssen. Konter, 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 Konter. Meine Güte, nee. Ja, zum Mitspieler, äh, Gegenspieler passen ist nicht gerade so das, was man unter einem gelungenen Angriff versteht. Gut, es regnet, ich kann es verstehen. Bielefeld ist normalerweise höchsten stark, da regnet es nicht so oft. Was, wir haben doch noch den Ball. Das beschwärts sich. Jawoll, super gemacht hier von Nummer 10. Wer ist das überhaupt? Vogelsammer? Nein, das ist nicht, oder? Auf jeden Fall ist es nicht Kloos. Ich weiß nicht, wer die 86 da ist, der gut aussehende Herr da. Nein, Nöte? Nöte spielt da noch bei Bielefeld? Christopher Nöte, tatsächlich, der spielt echt noch? Ich dachte, der hat schon aufgehört. Nöte. Naja. Auf jeden Fall 1 zu 0, endlich für Arminia Bielefeld. Gut, Nimes hat jetzt einen Freistoß. Äh, Freistoß, oh Gott, damn it. Ich meine natürlich Einwurf. Und jetzt haben wir Abstos. Denke ich mal. Ist das eine französische Mannschaft? Naja. Ich hab keine Ahnung, wo die Messages. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Super aus der Luft gefischt, Ortega. Wenn das ist. Also momentan, dann mach ich meinen Job hier relativ scheiße. Ist so. Ich hätte Stürmer sein sollen. Nein, nein. So, und jetzt aber. Lauf. Lauf. Oh, schlechter Pass, schlechter Pass von mir. Oh, 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 oh. Äh, abgefälscht durch mich, oder? Ja, nein. Weil ich kann ja rumlaufen, wie ich will. Komm schon. Noch steht es 1 zu 0 für Arminia. Oh, und erst halbzeit schon rum. Oh, 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 oh. Okay, 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 geht da. Wie sich das gehört hier. Denke Pass wir jetzt nicht so lang. Ja, da haben wir unseren Torschützen Christopher Nöte. So, wie steht es denn bei den anderen? 0 zu 0. Antwerp gegen Malad... Die, die wir vorher wegkauen haben. Okay, wir haben gute Stallpässe gemacht, aber sonst nichts. Ich stürme einfach mal mit. Ich bin ein offensiver Mittelfeldspieler. Jawohl, super, den Ball gekriegt. Super. Habe ich ihn vom Ball getrennt. Und das sogar ganz, ganz fair. Dann müsste das Spiel lang machen. Lang machen müsste das. Nicht zum Gegner, Torwart. ins gegnerische Tor. Das war ja wohl nix. Okay, das war doch weniger als nichts. Das war gar nichts. Oh, 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 oh. Nee, ich glaube, das ist nicht... Okay. Ötzkan kommt und Brunner geht. Okidoki Artischoki. Ich stehe hier im Regen und lasse mich berieseln. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, da bin ich fast nötig über den Haufen gelaufen. Ja, Position halten. Komm, Position halten ist doch was für Weichkekse. Jawoll! Läuft doch! Wer war's? Nöte? Was, Nöte? Ich möchte die Nummer sehen, weil der sieht nicht aus wie Nöte. Nee, Kloß! Fabian Kloß! Hier noch einmal zum Genießen und Nöte war Vorbereiter und jetzt die Flanke von Nöte und dann der Flugkopfball von Fabian Kloß. Plus! Vier Tore hat er bisher gemacht. Und jetzt geht er für Nummer 16. Wer ist Nummer 16? Ich habe keine Ahnung. Was bin ich? 50er Minen-Fan. Naja, was heißt Fan? Sympathisant. Oh, Jungs! Da hätte man jetzt so eine gute Chance. Aus dem Stürmer schießen zwei Tore. Aber es gibt ja auch sehr viele Mittelfeldspieler, die man kennt. Beckham. Und Leute, die daneben hauen mit dem Kopf. War trotzdem eine passable Chance. Dafür, dass es mein erster Kopfball war. Die ging zumindest nicht in die Wolken. Und Abstoß! Jetzt lassen sie mich auch noch laufen mit der Banane. Ja, Einwurf für uns. 2 zu 0 jetzt für die Arminia. Aber es wird schwerer. Vorher hatten wir drei Tore. Davor hatten wir sechs. Also es werden schon... Es werden schon deutlich weniger Tore, die ich hier... Ähm... Nicht die, die ich mache. Ich mache hier gar keine Tore. Ich kann mit seinem Kack Positionshalten. Komm, schnappen die hier! Na also. Moin, du... Mal gucken, wenn man im Bielefeld natürlich irgendwann in die Erste Liga aufstehen, dann bleibe ich da natürlich, weil dann Erste Liga und... Außerdem da kann ich dann glänzen. Oh, 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 ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, hinher, hinher! Könnt ihr euch mal entscheiden? In die eine oder die andere Richtung? Ja, der steht doch hier. Der hat nur simuliert! Simulant! Oder wir bielefeld jetzt auf Zeit spielen. So, schöner Pass in den Raum auf Nöte. Naja, außer Spesen nichts gewesen, aber der Pass war schön. Gut, wir wollen jetzt Freistoß. Okay, Vogelsammer geht und dafür kommt Schiblock. Ach so, der hat auch gut gemacht. Bin ich denn nicht da? Ach, was war das denn? Nummer 8. Das war auf jeden Fall nicht Klos. Klos ist Nummer 9. Der immer mit seinem Positionshalten, ey. Das geht mir so allmählich auf den Sack. Egal, wir sind hier, um Fußball zu spielen. Und nicht für irgendwas anderes. So wie Tennis. Geht der, ist ja gut, zu dem sollte der gar nicht hin, aber lassen wir doch schon mal. Lassen wir mal fünfe gerade sein. Klos Verteidigung, das schafft ihr. Oh, wenn wir 2-1 kassieren, ist ja nicht so trash. Oh, das ist das erste Gegentor dann. Ne, gleich wird abgepfiffen, ey. Genau, 3 Minuten. Oh, weg damit. Ab in die Tribünen. Salga, geht, Bären, kommt. Komm, jetzt pfeif mal ab hier. Und komm, Abpfiff, Abpfiff, Abbruch, Abbruch. Geht doch. Bielefeld gewinnt 2-0 gegen den Verein. Wo auch immer her. Und Bielefeld geht damit als Gruppensieger ins Z-Finale, glaube ich. Das kommt jetzt nach Massimo Spat. Auch mitgespielt. Dann sagt Fabian Klos. Ein Schuss, ein Tor. Könnte auch ein griechischer Verein sein. Egal. Das nächste Spiel kommt dann, wenn hier das nächste Spiel ist. Und bis dahin verabschieden wir erstmal und sagen, auf die AG-Shot.